Hallo ihr Lieben, zurück bei CD Skylines, wo wir nicht genügend Arbeiter haben und auch noch nicht genügend Buslinien. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch eine von hier, nach dort drüben ins Industriegebiet, obwohl wir das auch mit einer U-Bahn lösen könnten. Hmm, U-Bahn oder Bus? Eigentlich ist das noch alles sehr niedrig besiedelt und damit potenziell eigentlich Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Ne, will ich gar nicht, ich will eine neue Linie. Achso, das war ja auch Autobahn hier, deswegen geht das da nicht. Aber hier geht das überall, okay. Da müsste ich hier vielleicht auch noch Wege einrichten, dass die hier zu den Haltestellen kommen. Ich lasse den mal hier vorne starten. Hier, hier, hier drüben. Eigentlich müsste ich das in jedem Zwischenraum machen und dann hier jeweils einen Weg hinziehen. Okay, warte. Also hier hin, hier hin. Dorthin, dorthin und dorthin. Dann muss der einmal wenden. So. Und dann fährt er einmal rüber. Ach, ich habe die Linie noch gar nicht umgefärbt. Und ich glaube, ich lasse ihn einfach so halten, wie die andere Linie auch. Dort und dort nochmal. Und dann, na nun, wo bin ich? Oh, Orientierung verloren. Und dann soll er wieder hier rüber fahren. Da müsste ich den einmal kurz umfärben. Okay, welche Linie ist denn das jetzt? Das ist die hier. Ähm, zu einem freundlichen Grün. Und die andere blaue Linie hätte ich gern auch noch umgefärbt. Das dürfte, ist das die hier? Nö. Welche ist denn das? Die hier oben. Buslinie 8. Äh. Zu einem Dunkelblau. Dunkellilablau. Was auch immer. So, dann sortieren wir das wieder nach Buslinie. Das ist sonst irgendwie verwirrend. So, gut. Dann haben wir eine grüne Buslinie. Die vom anderen Gebiet rüber fährt. Und. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Die grüne Buslinie hat momentan null persönliche Fahrzeuge. 8. Hm. Kommt das Busdepot denn noch hinterher? Ich weiß gar nicht, wie viele Busse ein Busdepot sozusagen aussenden kann. Hier ist es. 38 Busse in Verwendung. Okay. Ich weiß gar nicht, wo da das Maximum ist. Und wir haben eine leichte Frage nach Gewerbe. Der Verkehr sieht soweit noch ganz gut aus. Hier ist ein bisschen mehr los. Aber das ist legitim. Genauso wie hier. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott. Viel zu viel. So, dann würde ich hier beim Industriegebiet... Oh, ich wollte eigentlich die Straße haben. Beim Industriegebiet auch noch eine Linie ziehen. Wir haben eine leichte Nachfrage nach Industrie. Das kommt uns ganz gelegen, ehrlich gesagt. Denn Industrie heißt natürlich auch, dass es... ...halt eine Einnahmequelle ist. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück zum Verkauf. Ja, wollen wir gerade aber nicht. So, die beschweren sich immer noch über zu wenig Arbeiter. Wie sieht das hier mit dem Strom aus? Wer hat denn das hier gemacht? Das ist ja... Also, das ist ja... So, dann kann das hier weg. Wie sieht das hier mit dem Wasser aus? Haben wir. Überall Wasser. Hitze haben wir da nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir das da benötigen. Wie sieht es mit dem Strom momentan aus? Das ist eine Grenze. Okay, wir brauchen momentan 105 Megawatt. Wir können ja mal gucken, wenn wir das upgraden hier. Ob sich da was tut. Das sieht aber tatsächlich so aus, als ob die sonst auch Strom verwenden zum Heizen. Jetzt haben wir noch... Oh, wir haben ganz schön viel Kohle momentan. Ja, wenn man ab und zu so Beobachtungsphasen einlegt, dann geht das nämlich eigentlich mit der Kohle. So, dann hätten wir hier das soweit. Und dann können wir eigentlich auch gleich alles hier upgraden, auch wenn wir es gerade noch nicht brauchen. Früher oder später werden wir es brauchen. Von daher passt das. So, schon haben wir nur noch 25.000. Aber dafür müsste der Stromverbrauch 128 Megawatt. Okay. Ach nee, Stromverbrauch 91 Megawatt. Okay. Ja, doch. Ich glaube, es hat was geholfen. So, dann bräuchten wir als nächstes... Ähm, also wir bräuchten nicht, aber wir wollen natürlich haben. Bürogebäude. Das war, glaube ich, the plan. Die Frage ist, wo schließen wir Bürogebäude an? An beide Hauptstraßen? Ich weiß, dass Büros sehr, sehr wenig Verkehr erzeugen. Das muss noch weiter. So, in etwa würde fast schon gehen. Ort ist bereits belegt. Was? Dann machen wir das mal von der Seite hier. Das war zu wenig. Hm. Naja, perfekt wird dieser Kreis sowieso nicht mehr hier. Oh Gott, das geht gar nicht. Das war zu flach. Das würde gehen, ne? So, dann käme hier nämlich unser nächster Kreis hin. Wo die Frage besteht, wie wir den am besten anschließen. Dann haben wir hier... Die blöde Straße bewegt, das ist klar. Die reißen wir nochmal eben ab. Pausieren das Spiel. Die Strommasten sind da wahrscheinlich auch im Weg. noch nicht ganz, aber fast. So ist doch eigentlich ganz schick, oder? So. Okay, Strommasten ist noch nicht im Weg. und dann können wir die Straße hier wieder einfach da anschließen. Hier kommt dann wieder eine Brücke hin. In etwa... Auf der Höhe. Nee, nicht ganz. Brauch ja jetzt nicht so perfekt sein, ne? Das kann ja so ein bisschen Freestyle sein. Och, Auge juckt. Nee, 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 nee. So, dann können wir die... Wenn wir Glück haben, einfach hier anschließen. Das sieht gut aus. Und hier genauso. Dann haben wir da auch eine Brücke. Und dann brauchen wir noch diesen Kreisabschnitt. Das überschneidet sich alles, das wäre nicht so gut. Das war ein Tacken übertrieben, aber schon gar nicht schlecht. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Und dann hätte ich tatsächlich gerne eine Reihe Bürogebäude. Die Frage ist nur, wie viele? Wir können eigentlich... Also Bürogebäude erzeugen wirklich sehr, sehr wenig... Sehr, sehr wenig Verkehr. Das heißt, wir können die auch hier zwischen klatschen. Aber ich wollte auch noch Fußwege bauen, ne? Das sollte ich vielleicht zuerst machen, bevor wir die gleich in Betrieb nehmen. Hier oben würde das auch gehen. Das müssen wir ausprobieren. Das müssen wir ausprobieren, ob das nicht doch den Verkehr zu sehr stört. So, aber erst mal hätte ich da gerne... Genau, die habe ich immer hier zwischen geklatscht. Und deswegen brauchen wir da Fußgängerwege, die halt hier unten lang führen, ne? Damit die zu den Bushaltestellen kommen. Und darum werden wir uns definitiv in der nächsten Folge kümmern. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!